Jo moin leute herzlich willkommen zum 35 spieltag in der dritten liga tippspiel Saison 2019 2020 wir tippen jetzt den 35 spieltag in der dritten liga los geht FC Hansa Rostock verliert zu Hause gegen 1. FC Kaiserslautern 1 zu 3 Haller Straße verliert auch zu Hause gegen Jena mit 2 zu 3 KFC Urdin gewinnt zu Hause gegen Würzburger Kickers mit 3 zu 2 Dann Sondernungs Groß Asbach geht unentschieden aus gegen SV Mappen die trennen sich nämlich 2 zu 2 ebenfalls trennen sich unentschieden spielvereinigungen unter Aching und 1. FC Mark zu Kaiserslautern 1 zu 1 aus FC Ingolstadt 04 verliert zu Hause gegen SV Waldhof Mannheim mit 2 zu mit 0 zu 2 3 zu 1 Spieltag Preußen Münster SC Preußen Münster gegen FSV Spiegel 3 zu 1 Münster Dann das große, groß große Bayern Derby München In der dritten Liga am 35. Spieltag zwischen den FC Bayern München 2 und den Löwen Zwischen den Roten und den Weißen Zwischen den Roten und den Weißen Zwischen den Roten und den Weißen Oder Blauen Rot-Weiß gegen Blau-Weiß Kann man auch sagen Das große, große, große München Derby Am 35. Spieltag der dritten Liga geht Tommelwebel 3 zu 2 aus für Bayern München 2 Und vor Donauköln verliert zu Hause gegen MSV Duisburg mit 1 zu 2 So, das waren die Tipps am 35. Spieltag in der dritten Liga So, lassen, like, da lassen, aber wir sehen uns Ciao Ciao Ciao